Ich sehe hier gerade, ich kann bei Hopp noch mal zurücklaufen und sehe die Endsequenz noch mal und kann mich jetzt wahrscheinlich auch für diese andere Fraktion noch mal entscheiden. Mama. Wenn das wirklich die Königin dieser Verderbnis ist, kostet sie aber ganz schön viel Anstrengung, diese paar Partikel, die ich in mir habe, rauszuholen. Das war keine Absicht mit deinen Leuten. Wir kommen vom Himmel. Wir sind abgestürzt. Sie waren böse, gibt's so, und wir haben uns nur gewehrt. Wir lieben andere Lebewesen. So, jetzt bin ich wieder in dem Modus. Ich kann mich entscheiden. Und diesmal gucke ich, was passiert, wenn ich mich hier anschließe. Das größte Geschenk. Das war's. Jetzt kommt einfach gleich wieder die Credits. Das ist ein Mal. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut, aber jetzt machen wir Schluss. Wir wollten uns nur noch das andere Ende angucken. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!